Herr Huber nutzt Bewertungsbögen aus Papier. Damit sammelt er Empfehlungen seiner Kunden. Was er dafür tun muss? Fast nichts. Der Aufwand ist sehr gering. Herr Huber übergibt die Bewertungsbögen seinen Kunden. Diese füllen sie fälschungssicher aus und geben sie in einer Sammelbox ab. Wenn viele Bewertungen zusammengekommen sind, schickt sie Herr Huber kostenfrei per Post zurück. Die Bewertungsbögen werden überprüft, digitalisiert und online auf allen Portalen veröffentlicht. So werden Offline-Bewertungen zu Online-Bewertungen. Ohne Smartphone oder Computer. Praktischer geht's nicht. Übrigens, Herr Huber nutzt individualisierte Bewertungsbögen. In seiner Wunschfarbe und mit seinem Logo.